Landshut ist eine kreisfreie Stadt, die sowohl zu Ost- als auch zu Südbayern zählt. Sie ist Sitz der Regierung von Niederbayern und der gleichnamigen Gebietskörperschaft des Bezirks Niederbayern. Des Weiteren ist sie Verwaltungssitz des Landkreises Landshut. Mit 69.220 Einwohnern ist Landshut vor Passau und Straubing die größte Stadt des Regierungsbezirks sowie nach Regensburg die zweitgrößte Stadt Ostbayerns. Im bayernweiten Vergleich der Einwohnerzahlen liegt sie auf Rang 12. Landshut ist nordöstliches Zentrum der im Mai 2007 geschaffenen europäischen Metropolregion München. Das Oberzentrum an der Isar wird wegen der im Stadtwappen zu sehenden Dreihelme gelegentlich auch Dreihelme-Stadt genannt. Die Landshuter Hochzeit ist eine überregional bekannte Veranstaltung der Stadt, bei der alle vier Jahre die Heirat des bayerischen Herzogs Georg des Reichen und Hedwigs nachgespielt wird. Landshuts wertvolles gotisches Stadtbild mit vielen Baudenkmälern und vor industriellen Bauensembels der Burg Trausnitz und der Martinskirche, deren Turm der höchste Backsteinturm der Welt ist, sind weit über Niederbayern hinaus von großer kulturhistorischer Bedeutung. Geografie Geografische Lage Landshut befindet sich im Zentrum des unterbayerischen Hügellandes, das sich von der Donau im Norden bis an die Grenze der Münchner Ebene im Süden erstreckt. Die Stadt gehört also zum Alpenvorland. Das tertiäre Hügelland wird im Stadtgebiet von Landshut durch das Flussbett der Isar unterbrochen. Der Großteil des bebauten Gebietes liegt auf den flachen Terrassenablagerungen des Flusses im Isartal. Die Isar teilt Landshut in drei große städtische Gebiete, einen nördlichen Teil im Isar Donau Hügelland, einen südlichen Teil im Isar in Hügelland sowie die Mühleninsel im Stadtzentrum. Die südlichen Bezirke der Stadt werden durch eine zum Teil steil ansteigende Hügelkette begrenzt, von der der Hofberg mit einer Höhe von 505 Metern über NN den höchsten Punkt des Stadtgebiets bildet. Südwestlich des bebauten Gebietes in Richtung Musburg befindet sich die Vogelfreistätte mittlere Isarstauseen, die zu den wertvollsten Wasservogelschutzgebieten Bayerns zählt. An der unteren Isar östlich des Stadtgebiet schließen sich weitere künstlich angelegte Seen an, von denen der Stausee Altheim, der Stausee Niedereichbach sowie die Badeseen Gretlmühle die bedeutendsten sind. Nördlich der Isar durchzieht eine Flutmulde, die, wie der Name bereits sagt, bei Hochwasser geflutet werden kann und infolgedessen den eigentlichen Flusslauf in Gefahrensituationen entlastet. Die Stadt Im ungefluteten Zustand ist die Flutmulde eine der beliebtesten Parkanlagen Landshuts. Die Stadt liegt etwa 70 km südlich von Regensburg und Straubing, 75 km südwestlich von Deggendorf, 120 km westlich von Passau, 60 km nordwestlich von Altötting sowie 100 km von Traunstein, 85 km nördlich von Rosenheim und 70 km nordöstlich der Landeshauptstadt München. Bei Landshut finden sich umfangreiche Bentonitvorkommen, die auch abgebaut werden. Die Bildung des Bentonits steht im direkten Zusammenhang mit dem Riesereignis. Klima Die Stadt Landshut befindet sich in der gemäßigten Klimazone mit kontinentaler Prägung. Das Klima ist ganzjährig im humiden Bereich. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,5 Grad Celsius, wobei der Januar mit einer durchschnittlichen Temperatur von minus 1,0 Grad Celsius den kältesten und der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 18,1 Grad Celsius den wärmsten Monat des Jahres darstellt. Der mittlere Jahresniederschlag zählt mit 824 mm im Vergleich zu anderen bayerischen Städten zum oberen Mittelmaß. Die Niederschläge Südbayerns nehmen grundsätzlich von Norden her in Richtung Alpen zu. So beträgt der durchschnittliche Jahresniederschlag im nördlich von Landshut gelegenen Regensburg nur 637 mm, während das nahe den Alpen gelegene Rosenheim 1.075 mm Niederschlag verzeichnet. Der regenreichste Monat ist der Juli, in dem über 100 mm an Niederschlag fallen, während der Februar mit nur 43 mm am niederschlagsärmsten ist. Stadtgebiet Die Stadt Landshut ist eine Enklave innerhalb des gleichnamigen Landkreises. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 65,7 Quadratkilometern, die sich im Großen und Ganzen am Verlauf der von Südwesten nach Nordosten fließenden Isar orientiert. Auf diese Weise entsteht die relativ großzügige Ost-West-Ausdehnung, die bei maximal 21,5 km liegt. In Nord-Süd-Richtung dient sich die Stadtfläche an der breitesten Stelle höchstens 7,2 km, während sich die bebaute Fläche von etwa 20,3 % im Zentrum des Gebiets befindet. Wird die Stadt im Osten und Westen von Wasser- und Waldflächen geprägt, die zusammen weitere ungefähr 20 % der Bodennutzung darstellen. Die ausgeprägteste Form der Bodennutzung ist die Landwirtschaft. Über 45 % der Gesamtfläche der kreisfreien Stadt wird für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Ungefähr 8,1 % der Gesamtfläche entfällt auf unterschiedlichste Verkehrsflächen. Als Erholungsfläche dient nur etwa 1 % des Gebiets. Insgesamt grenzen neun Gemeinden an das Gebiet der kreisfreien Stadt Landshut, die sich allesamt innerhalb des gleichnamigen Landkreises befinden. Im Urzeigersinn begonnen grenzt im Nordosten die Gemeinde Essenbach an das Stadtgebiet, gefolgt von Niedereichbach im äußersten Osten. Es folgt das Gemeindegebiet von Adelkofen, gefolgt von Kumhausen und Tiefenbach im Süden. Im äußersten Südwesten des Stadtgebiets schließlich bestehen Grenzen mit Eching sowie Bruggberg. Im Norden grenzen noch die Gemeinden Altdorf und Ergolding an. Stadtgliederung Die Stadt Landshut besteht aus elf Stadtteilen. Falls ein Stadtteil nicht im Stadtrat vertreten ist, dürfen die Bürger in ihrer Gegend, wie es in der Münchner Rau geschehen ist, eine Ortsversammlung einberufen und einen Ortssprecher wählen. Die Stadtteile werden nicht einzeln verwaltet. Die elf Stadtteile mit Angaben zu Fläche und Bevölkerung Sternchen 31. Inoffizielle Stadtteile sind mit Havör auf der gleichnamigen Isar-Insel sowie zwischen den Brücken auf der Mühleninsel. Unabhängig von obiger Auflistung bestehen neben den Stadtteilen über die gesamte kreisfreie Stadt verteilt 54 amtlich benannte Gemeindeteile, zu denen sowohl Teile der eigentlichen Stadt einzelne Dörfer als auch Weiler und Einöden gezählt werden. Bis 1962 waren es 57 Gemeindeteile in den heute zu Landshut gehörigen Gebieten. Eins Name für amtlich benannten Gemeindeteil wurde 1962 aufgehoben. An der ehemaligen Gemeinde zu Gehörigkeit orientiert sich die Gliederung des Stadtgebietes in 13 Gemarkungen. Die Gemarkung Landshut verteilt sich auf die Stadtteile 00 bis 05. Die Gemarkungen Achdorf, Münchnerau und Schönbrunn entsprechen etwa den gleichnamigen Stadtteilen. Das frühere Gemeindefreie Gebiet Liebenau wurde der Gemarkung Münchnerau angegliedert. Auch zu Landshut gehörige Gemarkung Steilohau, der dem früheren Gemeindefreien Gebiet Unterau entspricht, gehört zum Stadtteil Schönbrunn. Die Gemarkungen bzw. zu Landshut gehörigen Gemarkung Steile Altdorf und Ergolding gehören zu den Stadtteilen Wolfgang bzw. Industriegebiet. Die Gemarkung Steile Hohenegelkofen, Götzdorf und Niederkamm bilden mit Bergkopp Landshut den Stadtteil Berg. Die Gemarkungen Frauenberg und Wolfsbach bilden im Wesentlichen den Stadtteil Frauenberg. Die Gemarkungen Frauenberg und Wolfsbach bilden im Wesentlichen den Stadtteil von der Stadtteilen.